Ein Text in dieser Form scheint im Moment das einzige für mich zu sein, wie ich meine Gedanken vernünftig ausdrücken kann. Eine Entscheidung dieses Ausmaßes treffen zu müssen, war für mich nicht ganz einfach. Es ist eine Entscheidung zwischen dem Herzen und der eigenen Karriere, dem Weiterkommen. Ich will es mal so ausdrücken. Alle Welt schimpft doch immer über diejenigen, welche sich für den Karriereweg entscheiden. Also nur an sich selbst denken, statt sich für die Gemeinschaft zu engagieren. Wäre ich nicht ein Heuchler, wenn auch ich diesen Schritt gehen würde? Immer schon habe ich meinen Jungs versucht vorzuleben, dass man sich intensiver um seine Mitmenschen bemühen muss. Mal hinter den Gartenzaun zu gucken, statt nur davor entlang zu laufen. Mir ist es im Laufe der vielen Jahre gelungen, hier etwas aufzubauen, was man getrost auch als eine Art Lebenswerk bezeichnen kann. Ein Werk, woran sich hoffentlich viele meiner Jungs auch noch in 20 Jahren erinnern werden. Diese meine Jungs sind hier groß geworden und werden sich über Generationen sehr gern daran zurückerinnern. Ich bin okay. Vielen Dank. Man kann ja Ingenieersport-Adjut sein, Volleyball ist die Königsdisziplin. Vielen Dank.